Es ist windig. Es ist windig ist ein Ausdruck dafür, dass Wind weht. Es ist windig, kannst du sagen, wenn dich jemand fragt, wie ist das Wetter heute und du bist vielleicht gerade im Internet und dann sagst du, es ist windig oder du guckst aus dem Fenster und sagst, es ist windig. Manchmal ist es auch gut, sich das selbst zu sagen. Menschen neigen oft dazu, zu sehr außerhalb des Hier und Jetzt zu sein. Sie überlegen, sie denken, sie schauen ins Internet, sie denken an das, was in der Zukunft ist, sie denken daran, was früher war. Manchmal ist es gut, sich einfach bewusst zu machen, was ist in diesem Moment. Kann man sich bewusst sagen, es ist windig. Du gehst vielleicht mal ein paar Minuten spazieren, anstatt zu überlegen, was andere über dich denken was noch künftig auf dich wartet, was du noch alles tun musst, was noch alles Schlimmes oder Gutes passieren könnte. Guck einen Moment lang und spüre deine Haut und stelle fest, es ist windig. Die Sonne scheint. Da sind Wolken. Da ist ein Baum. Es riecht gut. Da rieche ich eine Blume. Da rieche ich den Duft von Hecken. Da höre ich die Vögel. Und so weiter. Es ist windig. Und so weiter. Sage dir das und gehe so bewusst in die Gegenwart. Vielleicht magst du jetzt einen Moment innehalten und einen Moment lang zu dir selbst sagen, was hörst du, siehst du, riechst du, schmeckst du, fühlst du in diesem Moment.